herzlich willkommen im stream heute spielen wir wieder overwatch wir haben noch eine loot box zu öffnen das werde ich wohl relativ am anfang gleich machen würde ich sagen noch mal schauen ob das hier passt alles der stream soweit gut ja und auf damit spray spray ein skin ein skin muss man gleich mal aus und spray spielen schnell suche und auf geht's würde ich sagen oder gleich mal was gefunden ich traube auf frame ist das aber nicht schön was mit uns am internet los hier ich muss mal kurz kurz schauen ja was unser internet sagt ok ist ob ich keine frames mehr komme ich zwischendurch wahrscheinlich so ein richtiger lex bike aber ok aber ok soll uns nicht stören so wir spielen wir spielen wir greifen an reinhard rein hat das teure rechtigkeit wird genüge dieses leben scheint wie für dich gemacht du bist noch immer so hübsch wie damals ist einfach hinter so gucken wir mal ob ich schon gegner da sind die uns aufhalten wollen das werde ich morgen früh ganz bestimmt spielen wieder die frau mit dem so wir haben den zielpunkt gleich wunderbar wo noch mal hier rein ich bin ich bin zu mir entdecken bisschen aufladen lassen hier genau so weiter geht gewinnen wir das heute irgendwie die gegner nichts machen ok ich würde eigentlich noch mal irgendwas wegpuffen aber ja von oben ist halt deswegen zu mir schaden gemacht ist nicht so schlimm wir haben schon 80 prozent ah Mist ich hätte das Schild hat Ulti gemacht ok ich bin da voll reingelaufen ich hätte auch warten müssen bis mein Schiff wieder ab ist dass ich da rein stürmen kann da ist gar keiner mehr der Schild hat mich nicht beschützt das ist schade warum der Schild den Schaden nicht aufgehalten hat aber ok das ist ja nur die Verlängerung gewinnen und dann passt das auch gehen wir mal hinten rum ok ich hätte nochmal Schiff nehmen können haben wir doch den Dings ziemlich zerlegt wäre er nicht geheilt worden der eine wäre auch tot gewesen was machen was macht mein team ey wir fehlen gerade richtig so und jetzt sind wir wieder alle hier wie auch immer das ging so und gewonnen wunderbar 1 zu 0 das lief doch halbwegs noch mal nochmal die gleiche gerade nur andersrum diesmal ich habe ganz vergessen das zu machen fordert ein flammengeschoss ab wir sind da lang nach allem was passiert ist habe ich Zeit geföhnt 4 3 2 1 1 2 2 nehmen sie das Ziel auf 1 gehen wir mal hier lang achso das ist eine andere Karte die ich jetzt gar nicht mit gekriegt also der Zielpunkt ist auch gar nicht verfügbar Was ist das? Das ist gefährlich, wenn der im Schussmodus ist. Da hält die Barriere nämlich nicht so lange. Ach der war hinten, wir waren hinten ja. Ja, da hätten mehr von unserem Team sein müssen. Waren aber leider nicht. Na ja, auch tot, aber dafür ist er weg. Lustig. Oh, die Gegner haben den Punkt immer. Wir müssen den Punkt einnehmen, Leute. Nein, nicht darunter. Geh, bitte respawn. Was war denn von mir? Und warum ist unser Team hier permanent? Da komme ich gar nicht rüber. Ja, der Punkt ist unkämpft. So, wir brauchen den mal langsam. Das ist sehr scheiße für uns. Fuck. Schon wieder, der mit seinem Multiday. Ja, den ganzen, ganzen Leute da Platz gemacht. Ja, macht sie bitte alle kaputt. Kehlt sie alle. Bis ich da bin, schafft es doch noch. Darf nicht wahr sein. Na. Ja. Wo ist mein Team? Sind die alle tot? Was ist denn das für ein Fail? Ich stehe da drin, ne? Und die sind wahrscheinlich alle tot, ey. Und tanke da ewig lange. Und das Team macht einfach nur nichts. Das ist gar nicht. Ja, die waren schon alle tot. Ja. Warum sind die vor mir gestorben, ey? Schreiben. Scheint die Sau raus zu lassen. Ich sehe unsere Feinde so. Wo sie es am wenigsten ehrbart. Oh! Hört auf mit dem Quatsch und macht euch bereit. Jetzt bin ich an unserem, unseren kaputt gegangen. Naja, gut. Man kann da lang gehen. Ah nein. Das war ein bisschen unwitzig von mir da. Ich würde vielleicht auch den nehmen. Noch bin ich hier dran. Ich werde jetzt einen zuverlässchen! Oh! Hey. 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 Wo ist eigentlich das ganze Team, ey? Ich kill die hier im Nahkampf. Alle weg. Nach und nach. Mehr oder weniger, wenn ich nicht gerade eingefroren werde. Und jetzt hat unser Team mal was gemacht. Ich hoffe, das war so die beste Aktion. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und da kommt der Typ schon wieder mit seinem Ulti und killt wieder zwei Leute, ey. Nein. Oh, keiner hat einen Killpunkt für mich bekommen. Oh, das war schlecht. Das ist eure gerechte Schlager. Oh Mann. Ah, ist so was falsch. Ich wollte eigentlich noch Ultima. Los, hol den Punkt, Mann. Kann ja nicht so schwierig sein, ey. Nein, schon wieder vorwornig. Warum kriegt es unser Team nicht hin, die Gegner ordentlich zu killen, ey. Ja, ich war das Highlight, jawohl. So muss das sein. Und danach habe ich noch Ulti gedrückt. Danke. Wir haben mich geäpigt. Geäpigt. Mit Schwert, ne? Ah, naja, so lala. Zwölf Minuten machen das. Hm. Wolskaia Industries. Wählen Sie Ihren Helden. Das Ding hat uns den ausgesucht. Ich glaube, wir nehmen das Ding. Das ist immer lustig. Ist das jetzt wieder dasselbe? Äh, derselbe Typ. Äh, Spielmodus? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Pünktchen einnehmen. Na, ne, ist ein anderer Modus. Warum sind wir so schnell? Gibt es daran, dass ich genau hinter dem bin? Oder was haben wir für einen krassen Laufspeed? Mal langsamer. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Und hier auch so ein? Okay, das sieht man nicht. Den tanken wir ja schön. Vier, drei, zwei, eins. Amt ein paar mehr. Doppel kill. Lustig. Keiner ist da von meinem Team, ey. Ach, schlimm, schlimm. Ich hätte mich eher heilen müssen. Aber das ganze Team war nicht da, ey. Ich weiß nicht, warum die an dem Punkt rumgammeln. Wo die Gegner noch nicht sind. Kann man da oben drauf und vorfahren? Äh. Das wäre lustig. Wie weit man da wieder laufen muss, ey. Bis dahin. Schau. Bewirtschaft. Wie weit man da rausgibt. Nichts. 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 Stopp sie sofort. Die Kattel kommt. Der Wolf nimmt Pferd an. Mir stirbt keiner weg. Ja, stand ungünstig für den da. Der konnte was sich schön aufbauen und nicht wegkratzen. Ja, ja, genauso wie ich das eigentlich auch machen. Ja, meins auch. Kann auch immer da hinten lang. Hinten oben. Naja, man kann hier wirklich drauf. Sehr witzig. Wenn man an den Gegner vorbeifahren. Das ist ja eher lustig. Ich würde mich gerne noch ein Stück weiter hier hinsetzen. Da ist er gar nicht beschädigt. Weil die erwarten lassen sich nicht unbedingt, dass hier oben einer chillt. Ja, vielleicht schon, aber... Oh, shit. Oh, shit. Ähm. Mir stirbt keiner weg. Fliehen ist zwecklos. Schaut mit den Augen... Geht, geht, geht. Geht, geht. 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 Ah. Was war das? ach von dem ich bin gleich auf den heiler gegangen weil wenn der weg ist kann man nicht mehr heilen das heißt sind supporter klar manchmal macht das sinn erst den den auszuschalten der den schaden verursacht aber wenn der permanent geheilt wird dauert das ja viel länger hier aufsteigen und dahinter fahren und wieder vorfahren wenn wir den punkt noch ein bisschen verteidigen deswegen mache ich mich hier hin wollte mich gar nicht so viel machen bzw so die endverteidigung hier wenn hier was ankommt ist es dort das gewinnen wir ich kann nicht so machen schön 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 ich war der beste ich habe fast ganz gemacht zum schluss jetzt das war nicht ich hatte so wahrscheinlich damit dem wo das viele auf dem fleck waren ja genau da ist er gefangen ich habe gar nichts episch warum einer muss noch klicken dann halt nicht noch bronze medaillen treffer code elf prozent vergleich am anfang erst mal doppelkehl gemacht weil ich habe gleich zwei weggeballert ja und den das äffchen was denn der in gruppe einladen spieler bevorzugen karriere einsehen chat unterdrücken freund hinzufügen ja das ist ziemlich genau auf welchen champions man spielt cool statistiken erfolge spielereignen der gerechtigkeit wird genüge getan naja jetzt spielen wir die karte nur andersrum er macht es bestimmt das ähnliches was ich auch gemacht habe genau da sich hinsetzen und dahin schießen ich gehe mal viel zu nah ran ich gehe mal viel zu nah ran ich kann ja auf die entfernung so eine entfernung hier das müsste genau das ist ok jetzt so eine entfernung wer ist denn das 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 6 5 6 6 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9 9 10 10 10 11 10 11 12 9 11 11 11 12 12 13 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 2 so nehmen wir mal wieder den der war lustig der verteidigung das geht schon den gedenk ein ort b-team Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. So viele Feinde warten darauf, in die Luft gesprengt zu werden. Das kann mich kaum beherrschen. Ich habe ein Auge auf dich. So viele Feinde warten darauf, in die Luft gesprengt zu werden. Wie hat denn der das gemacht gerade? Sehr geil. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Anleifer nähern sich. Verteilen Sie 7 und 8. Schau. 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 Er hat mich weggekriegt. Oh, fast habe ich ihn weggekriegt. Vorhin ist kein anderer da irgendwie. Mit uns. Oh, komm. Alles an. Gleich mehr, oder? Normal. Und jetzt den Punkt schon? Nee, haben sie nicht. So, fahren wir mal nach vorne. Was war das? Wann bin ich tot? Ich bin tot. Super. Ja, okay. Die hat... Der hat... Während ich geflogen bin. Was ist jetzt passiert? Ja, hat er auch nicht. Wann ist es mein Game klein gewesen? Kommisch. Irgendwie nicht geklappt. Neue Verteidigungsposition, Zielpunkt B. Ja. Ja. 1 zum Abliegen. Geh an. 2,2,7, E. 3 zum Einsatz. Ah! 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 Jetzt bin ich tot. Ach, da war auch ein bübel zu schaden, der Typ mit den Granaten. Die muss ich vielleicht auch mal nehmen. Was für ein Schusstempo drauf hat. Granatentyp ist... Wer ist denn das? Was denn der? Den haben wir sogar. Wäre vielleicht die gute Idee, den zu nehmen. Naja, ich komme nicht mit Shift nicht weg. Ja, mit Ulti hier, ey. Kann ich nicht viel machen. Und wir haben das gleich verloren, wenn es so weitergeht, ja. Aber ja, es ist doch ein bisschen blöder Game, nur das, weil man sich extrem schnell verlieren kann. Aber es hat das Gegner hier und vorhin auch festgestellt. Highlight des Spiels. Schafschütze. Ja, nee, oder? Wie sie nicht geschossen wird da drüben, ne? Die steht da einfach nur rum. Also, ich habe so ein bisschen geschossen. Weil ich habe den Held gar nicht mehr fertig gespielt. Und habe den meisten geblockten Schaden. Der Typ, ey. Unserer weiß nicht, was der gemacht hat. Irgendwie nicht so. Naja. Okay, mit Vorschlag einer. 7%. Jetzt greifen wir an. Jetzt nehmen wir mal den. Der ist lustig. Ich muss mal beim Ultima ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht so voll ins Center. Dann geht es denn los, 8 Sekunden. Ich muss, das ist kein Fallmodus, Falle aufstellen. Das ist mit einer Falle für zwischendurch. Zeit für ein bisschen Entspannung. Das sind ja alles nur Irre und Grief. Irgendwann kann ich das zünden. Ah, mit rechter Maustaste. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Drei, drei, zwei, eins. Angriffsphase beginnt. Xing, aber sie wollen nicht wieder sterben. und gleich droht ist ja geil weil der tank tank wieder reinläuft das ist ja super wie wir es mit einer falle für zwischendurch okay warum kann denn nicht mehr jemand kippieren den schaden beziehungsweise den ausschalten ist ja nun nicht so schwierig oder ich habe schild oder so was ja 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich bin aber schnell ungenudelt. Los Leute, ihr müsst doch nur dieses blöde Ding einnehmen, ey. Da kann man sogar von hinten ran laufen. Das machen wir mal jetzt. Ne, kann man scheinbar nicht. Wie auch immer. Ich bin aber schnell ungenudelt. Das ist so. ich habe mich eliminiert So, was geht? Das hat euch geallt! Seine Selbstverstörungssequenz rein! Durchschreitert. Die Eels. Alles gut? Schätzchen, ihr dabei? Der Sünder, der Rollstabler. Ich hab Wollen das vor! Ich hab Wollen des vor! Schatz! War's gut, mein Schätzchen? Der Sünder. Scheiße! Schatz! Oh, er hat mich getroffen mit seiner Sphäre. Einen Killstrike beendet, das ist aber nicht schön. Ja, man fängt dann hier an, da muss man echt nicht so weit mehr laufen. Scheint die Sau rauszulassen. Die Sau rauszulassen. wo sind denn die ganzen mitspieler ja scharfschützer gehen wir mal dort lang durch schreitet kann man doch über gar nicht Hohle rein! Schafschütze! Vorsicht gegen! Oh was, getötet! Ja komm, mach die kaputt ey! Oh nein! Zieh die natürlich da, es sollt ihr! Durchschaltet! Jetzt wird massives! Heute wird's rein! Alles geliebt! Komm, hier sind wir gekillt! Geht vorwärts! Was? Hallo, es holt den Punkt! So schwierig ist das nicht? Einfach mal töten und fertig! Das Leben ist schon wieder alle! Ach, schon wieder verloren ey! Wir haben es vorhin so schnell gemacht die Gegner und wir kriegen das nicht hin ey! Ich glaube, es ist etwas, was es ist es! Oh nein! Ich denke ich so, wie kommt das noch mal später Ich bekle, ich weiß es! Ich bekle, ich weiß es! Oh! schön viel schaden geheilt haben wir weniger mitspieler ich gehe aus dem match raus und suche mein neues beziehungsweise macht man die loot box auf was wir kriegen es geht günstigen sieger pose ja na klar das ist doch cool aus 100 prozent in anführungszeichen ja das wird wahrscheinlich ein import sein bei 100 prozent das ist ein bisschen übertrieben ich könnte jetzt fast sein klar geht aber glaube ich nicht ich denke so schießt immer mal schnell daneben werden schnell zu kommen hoffentlich mal anderes team sie haben ist ein anderes team dorado oder wechseln wir den helden wir haben keine heiler hat gegen hat ein oder zwei heiler teilweise was macht der da aber gut machen wir das so bereitet den angriff vor das war tewas sprühen so das sprühen ist irgendwie nicht das was ich eingestellt habe ich habe noch nie gesagt leute sie haben wohl eine kugel verstecken sie sich da ist einer so was mache ich das ganze viel zu wenig leben um da eigentlich mein schild darüber zu machen um anzugreifen das ganze team durcheinander gerüttelt an der stelle das ist unser team auch mal was von außen schießt wir müssen ja dieses ding der begleiten was ist das hier für ein ding naja ich hab halt meinen schild weg gemacht war für den sehr einfach zurück zur fracht wo ich hier putz da ist einer sehr schön 3 auf mich 3 auf mich ist geil oder team stimmt wahrscheinlich richtig der weg mister der stelle hat sich gesehen macht doch mal was er haltet ihr doch mal auf ist nicht so schwierig hier rumstehen auch nichts ich wurde angesagt ich wollte immer wieder wenn es weitergeht der hat der hat mit seinem ulti wahrscheinlich die gegner weggekillt supergeil wenn ich noch immer noch welche leben würden nicht und nicht Mist, ich wollte, ja, holen die Bastion wegbauen, wie ich meinen. Der hat mich gekillt und ist am Sound. What? In der Menschheit, der auf mich geflogen ist. Und verloren. Hahaha. Ey, eigentlich ist die Frachtausliefern gar nicht so schwierig, aber... Wir haben schon wieder zwei Support. Ist das dasselbe Team wie wir vorgenommen? Nee. Ja, ich hab viel Schaden geblockt. Ehefisch. So wird Macht! Thanks. Ziehfortschritt, zweit ne Goldmedaille. Super. Zwei Eliminierungen, sieben Tote. Keine gute Schätztik. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jetzt müssen wir verteidigen. Wählen Sie Ihren Helden. Die Monty's Warpeter-Bastion. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Du 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 du. Du. Du 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 und du. mal sagen dass mädchen mag uns vor allem die gegner hatten so einen ewig weiten weg dahin wo wir zur verteidigung das heißt wenn wir die einmal ordentlich weg gemacht haben werden die eigentlich ewig gebraucht bis wir wieder ist wieder da sind durch das an ich weiß nicht wie man da so fängt an bis hier starr das ding ja schon das soll ja nur bis zu dem blöden tor da aber mit dem quatsch und macht euch bereit 4 3 2 1 angreifer nähern sich halten sie die fach auf schaut Der Drache verschlägt euch! Der Drache verschlägt euch! Der Drache ist kaputt! Ich hab lange genug durch, wie viele Kids haben wir jetzt gemacht? Eigentlich haben 4 Kids gemacht und jetzt haben wir das erste Mal gestorben. Goldmedaille im verursachten Schaden, das ist schon mal super, wenn das so bleibt, ist das geil. Okay, da kommen wir auch nicht vor. Ja, den da oben links. Ich kann ja nicht alle. Der Typ, er hat auch. Den habe ich zu spät gesehen. Oder zu spät mitbekommen, dass ich von dort beschossen werde. Naja. Aber ich habe gut Schaden ausgeteilt eigentlich. Denke ich mal. Oh nein, die Gegner kriegen das. Oh nein. Das ist da oben drauf. Spürt die heilende Ruhe. Der Damage wurde ich eigentlich geheilt permanent, oder? Hei, 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 hei. Aber wieder so weit laufen, ne. So, die Facht bewegt sich schon wieder, das ist nicht gut. Das ist mir auch nicht gut. Wie viel Schild die haben. Warum sind die von uns schon wieder alle tot, oder? Ja. Da hat mir natürlich viel Schaden gemacht. Das ist keine Freude zu sehen, wie die Leute von uns zurückgehen. Der hier reinläuft, frage ich mich. ja das ist so ein krasser damage mit dem seinen paar dingern die da anfliegen vor allem gegen stationäre ziele ist das so derb nein ich aufbauen aber gut ich habe das ding ein kleines stück zurückgeschoben zwei minuten noch halten das kriegen wir ja hin mit zwei leuten am ziel auch deswegen habe ich so viel damage gekriegt als ich rausgelaufen bin gekämpft gekämpft gut mache ich aber auch irgendwie sind da immer gegner wenn ich ankomme nie mag kaum welche so dass man gut kämpfen kann ja 3 ihre gegen mich ist geil würde ich abkönnen im tank modus aber aber nicht so nein schiebt es zurück geht sie und ich bin wieder zwei minuten ja das war dumm von mir das war dumm von mir ja Oh man ey, wie ich sofort niedergemacht werde und die anderen Scheiß nicht, was gegen das Team die ganze Zeit kämmt? Ich weiß nicht, gegen die, mit denen ich mich rumschlagen muss. Jetzt ist die Position ungünstig geworden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, wo ist mein 5-fach-Kill? Was, ich hab grad einen 4-fach-Kill am Ende gemacht. Wie kann der dann jemand anderes ein Highlight haben? Ja aber okay, vielleicht hat er ja noch was. Ah, das war gut wahrscheinlich. 2-fach-Kill. Allein. Und noch einen weg. Oh, eine 4-fach-Tötung auch. Oh, ich war nirgendwo der Beste. Okay, wer kriegt das? 16 defensive Kills. Na? Hier Goldmedaille ervorsachter Schaden. Das ist ja schon mal schön. 8,4 K. Ja. Zuletzt hatte ich eine relativ gute Position. Und die haben es auch nicht so auf mich gehauen, die Gegner. Finde ich gut. Also ganz kurz vorm Ende. Wegen sich auf unvorhergesehene Weise, damit die Gegner das nicht wissen. Oder es nicht vorhersehen können. Deswegen unvorhersehen. Das sagt ja schon der Begriff, wenn man sich unvorhergesehen bewegt. So, ich bin kurz AFK und dann komm ich wieder. Oh. Was? Vielen Dank! weiter geht's raus warum kann ich nicht also der hat schon jemand anders gepickt wir greifen an was niemand was immer da cool ist was war rechte muster stelle erhebt Okay. Oh nein! Wann ich war noch nicht fertig. Die hat mich gehackt. Deswegen hat die mich gesehen. Ich dachte, ich wäre unsichtbar gewesen. Ah, der Unsichttor läuft ab. Ich treff nix, ey. Meine Hand ist viel zu unruhig. Meine Hand ist viel zu unruhig, ey. Ich treff nix. Ich bin jetzt schon verloren? Ne. Ich soll vielleicht nicht das Ulti gleich am Anfang nutzen, aber bin ich schneller. Was macht eigentlich das Ulti? Ah, da hack ich alle in der Nähe. Alle Schilde weg und alles. Tracer ist auch sehr interessant. Ja, ich kann ja hier noch. Ja, ich kann ja hier noch. Der Punkt gehört mir! Das ist ja ganz so leid! Na los, wird der Hochboden. Wir hätten den Punkt einnehmen, nicht nur Gegner killen. Ups. Ja. Nur nochmal, nochmal machen. So was nehmen wir ihn jetztchen? Für einen. Ich will auch mal Soldier spielen. Ich will ein bisschen Zielübungen machen. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2. Nehmen Sie Beziehung ein. Das ist doch sehr hart. Wenn ich nicht mehr. Das ist doch ganz schlecht mit Ob your fingers. Keine Sorgen, Freunde. Ich bin mit einem Träten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich hätte das Ziel-Dings runterhauen müssen und damit dann mal wieder vorgegangen würde ich mal sagen das Team kriegt es nicht hin ja ist klar da wo er mich mitgekillt hat in seinem Multi jetzt zum Schluss vor allem die haben wir von niemandem gesehen wird er steht hier mal hinter allem und keiner von denen schießt auf dem das ist schon lustig naja die hat natürlich auch ordentlich Heilung auch keine Goldmedaille werden eigentlich auch Heilung ich weiß nicht tjo passiert nächstes Game Li-Jang-Tower ich will nochmal tracen der eigentlich präzise Revolver Reeper ist eigentlich auch nett deportiert seiner Ziel macht unverwundet unterbindet aber Angriffe ja eigentlich sind wir die Serienkugel in der Schule fügt damit kurzer Ding was ist das? tötet alle Gegner in der Nähe ach fügt allen Gegner in der Nähe schaden zu was passiert da? Totentanz ah ok ich glaube das ist auch lustig was man zusammenbauen kann kann man auch zerlegen wie war das? wie konnte man das machen? da muss ich die Wache umschalten ok dieses Potenzial der ist da schau dich ein nach in meiner Ebene der zieht uns nicht nach mein geschütz einmal Rüstung zum Mitnehmen schützt jetzt ich hole den trug keine Sorgen das waren zwei drei Töne die schützt die schützt die Schützt ho die 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 lie die die Ich bin unaufreifbar! Einmal Rüstung zu finden! Das war natürlich mein Geschütz auch weg. So viel zu bauen, so viel zu hämmern. So viel zu bauen, so viel zu hämmern. Haben wir das immer noch? Wir sind blau ja. Oh mein Geschütz muss wahrscheinlich auch gut stimmig gedrückt haben. Super, danke! Super, danke! Das Ziel gehört mir! So wird alles übergebracht. Komm mal weiter vorbei! Lass uns loslegen! Genau so hab ich dich mir immer vorgebracht! Ich hab große Pläne mit dir! Durchschreitet! Wie ist es? Super! Wunderbar! Rüstungspakete! Gut verteilt! Das gefällt mir! Dinge aufstellen, vor allem wenn die Gegner es nicht weg machen! Wenn man Punkte verteidigen muss! Das ist ziemlich nice! Das sieht aus! 14 Eliminierungen! Jawoll! 8 Zielfortschrittskills! 3 Goldmedaillen ey! Muss ich nur noch die Zielfortschrittszeit kriegen! Du denkst der Killstrike moin! Kann ich deinem Mech mal unter die Haube schauen? Kann ich deinem Mech mal unter die Haube schauen? 2 gilt 2. Wunder 2! Nehmen sie das Zielpunkt ein. Hmhmhmhmhm... magazine... Moment... Du mal das dabei ist so! ...Fuck! Fuck! Ich wollt hier gerade in den Dingschennumber casteln! Die macht natürlich übelts Damage, ey. Auf kurzen Distanz. Mist, Mist, Mist. Ich hatte keine Zeit. Mein Dings aufzubauen, mein Geschütz. Schnell! Was muss loslegen? Verdammtes Ding! Haha! Schub dir das Rattern! Sombra, online. Hier gibt's die Sombra. Schattet in den Zier. Achtet auf mein Geschütz! Mein Geschütz! Hahaha! Ich hab große... ...bescholzene Kerl! Bleib da! Kumpel! Alle Hilfe an der Reihe! Komm, Geschütz! Mach deine Arbeit! Töte den gefällig! Oh nein! Das verlieren wir, ey. Das ist doch nicht wahr? Ne, die riecht jetzt endlich ein. Endlich! Jetzt möchte ich gerne mein Geschütz aufbauen. So, was kann ich? So ungefähr hier. Oh nein! Hinter mir war auch noch eine! Ich hätt' die fast umgemütet, ey. Ich hätt' die fast umgemütet, ey. Wenn die nicht schon erste hier holt, die gezündet hat. Naja. Drei Leute um mich rum. Warum günstig? Solange wir's halten können, ist doch super. So. Mist. Nächste macht mein Geschütz noch Arbeit, hoff' ich. Hm. Warum der nicht stirbt, ey? Wie lang? Ich treffe ihn natürlich auch nicht, aber die anderen von uns, die können ihn da auch mal niedermachen, ey. Geh' kaputt, ey. Okay. Und jetzt kommen natürlich wieder alle anderen Gegner. Wo der eine hat von uns drei weggeballert. Werd' bitte um kämpft den Punkt, ey. Oh nein. Ich sag' nicht wahr sein. 1 zu 1. 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 Hat auch ziemlich tankige Leute diesmal. So. Was macht eigentlich das Ult? Er hört den Feuerrad und verleiht die Wüsten. Erlaubt die Kurzschlüsse auf, sie führt sich von Schluzse auf 3, okay. Ich hab keinen Schrott. Ja, ich brauche Schrott. Zwei. Dann werden wir da oben lang, dann werden wir da oben lang. Ist gekillt, oder? Ne. Ja, da hätte ich nicht reinlaufen sollen. Auf jeden Fall steht ein Geschütz, was nichts macht wahrscheinlich. So viel zu bauen, so viel zu verlassen. Mein Geschütz wird gegrillt. Meine Töpfer Arbeit, alles umsonst. Schaut die Augen an, habt euch die Läste. Unter eingekleidet. Ich kann meine APF an zu fliegen. Oh, auch dich. Ouhh, Ouhh, Ouhh. Sie sichern in mir, Wart. So was kann ich überkommen. Mein Geschütz wird angegriffen. Verschmolzete! Stabverschließt heute. Haha, ich bin unaufgültig. Er ist auch tot noch. Mein Geschütz ist eigentlich noch da? Nee, das war wahrscheinlich schon weg. Ja, das wurde wahrscheinlich schon beseitigt. Aber, das wird wahrscheinlich gut mitgemacht haben. Ist mich das da hingeworfen? Gehen wir los! Hey, geil! Halten Sie vom Punkt her! So was kann ich überwinden. Hier, Rüstung! Greif! Ich hab keinen Schrotz! So muss das! Mein Geschütz wird angegriffen! Danke! Ich glaub, das ist da gut. Ich brauch mehr Schrotz! Du, sei meine APS! Der Polzmache! Der Polzmache! Der Polzmache! Der Polzmache! Der Polzmache! Haben wir gewonnen? Ja. Schön. Oh nee, da sollte ich nicht hingehen. Da ist nämlich grad eine Explosion am Machen. Ich stehe ganz rechts. Ist ja lustig. Oh, der Chino. Ja, der war gut. Der hat einmal einen Dribble-Kill gemacht. Wahrscheinlich mit Ulti oder mit irgendwas. Ja. Oder? Ja, direkt Ulti gedrückt an. Losgelegt. Haha. 43 erstellte Rüstungspakete. Rüstung 17%. Ach, die geben wir das nicht. Ursache Heilung ist auch gut. 11k. 28 Kills sind es nur die Silbermedaille? Die wollten mich doch verarschen. Oh. Sie betreten jetzt Hanamura. Wählen Sie Ihren Helden. Der macht mir Spaß. Das ist lustig. Schütze aufbauen und freuen. Sniper. Die. 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 Schade, dass man nicht über Zeit Schrott sammelt, dass man, dass man entsprechend und äh, kriegt da keinen Schrott durch. Leute. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Oh Mann. An dir kommt keiner vorbei, Geschütz fährt hoch. Oh, schau dich an, ein Prachtstück. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Angreifer nähern. Achtet auf dein Geschütz. Habe ich betäubt, da war ich noch. Wunderschön. Ja, konnte mich auch sehr gut killen, weil, ja, mich betäubt hat. Ich dachte, das war ein Revolver und kein... Ah, jetzt, ach so, jetzt, jetzt baue ich Schrott automatisch auf. Nicht genug Schrott. Wofür brauche ich denn dafür? Ich gucke hier. An dir kommt keiner vorbei. Geschütz fährt hoch. Alles ist jeder bereit. Zeit neben Aus welchem der alt bist. Knapp euch die Rüstung. das schöne ist das geschützt kann da hoch schießen jetzt wird's massiv hier gibt's rüstung nein was war da ach der da wo der stirbt ja klar da wo der stirbt geht aber ja wo mein geschützt steht jetzt bald nicht mehr wahrscheinlich so ja mein geschützt hat okay gemacht hier rüstung greift zu hier gibt's alles klar zeig mir dass du die ich habe geschützt steht das da ja steht aber das geschützt steht ja noch ja das ist geschützt ist gut dabei nein es ist tot geschützt auch das geschützt automatisch geschützt kann genau da reinfallen ist ja geil damit habe ich gekillt da liegt ne kette rum und die siegerbrot ist geil von dem bastion das war das highlight nee da hab ich schon noch mehr gemacht da bin ich geschützt kills jawohl ich da eins witzig und was habe ich bekommen ja 21 kills goldmedaille yay wieder eine stufe mehr und eine loot box kommen die noch mal auf geht das jetzt während des matches während des vor matchups wahrscheinlich nicht und dann machen wir das später dann machen wir das später dann die 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 Ja, Street sollte ganz okay aussehen, kaum Frames getroppt bis jetzt. Das ist auch eine richtige, ja okay, die ein Nachkampfangriss heute ist. Okay. Ja, da muss man richtig nah dran sein, aber okay, das. 5, 4, 3, 2, 1, Andriff beginnt. Nehmen Sie Zielgruppe ein. Ich brauche mehr Schrott. Bitteschön. Bitteschön. Vorwärts gehen. Ja, ich bin eingefroren worden. Das ist das ganze Kick. Witzig. Nehmt die Rüstung schnell. 75 Lebenspunkte extra. Schnappt euch die Rüstung. So. Dieses Potenzial. Halt deine Nieden fest. Schnappt euch das. Schnappt euch das. Schön mein Geschütz kaputt kommt. Schnappt euch das. Schnappt euch das. wenn er da nur rumsteht was machen die anderen da eigentlich? oh das ist schon schön wenn er auf die fläche funktioniert herr so hier die 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 Da liegt noch Schrottraum, den will ich haben. Oh nein, jetzt ist er weg. Bin halt nicht. Nehmt die Rüstung! Schnell! Gebt nach große Pläne mit! Oh nein, sie hat der Geld! Not geht das Spiel! Knappt euch die Rüstung! Was ist denn? Nein, einen Schuss noch mehr wäre es tot gewesen. Das ist wahrscheinlich auch mein Geschütz weggeballert. Naja, passiert. Mist, das war ja ein normaler Sport da oben, das ist immer ein guter Punkt, der erste Schritt Bastion auszuschalten, seine Position zu bestimmen. Hier, Rüstung, greif zu! Oh, dieses Potenzial! Oh, schau dich an, ein Lachstück! Ah, Mist. Wieder zu stark reingegangen. Komm, ich will weitermachen. Das Geschütz steht noch und beschützt da entsprechend. Das macht das Geschütz gut. Oh, jetzt ist es weg. Die Gräse ist noch da. Nehmt die Rüstung! Schnell! Ja, ich könnte das nicht mehr anziehen. Aber das ist ein solches, ein solches für diese Möglichkeit, dass es nicht mehr anziehen kann. Aber das so ist wirklich die Stamm! Das ist es sehr, sehr gut. Und gewonnen. Und mein Geschütz müsste doch jetzt eigentlich auf die schießen. Macht's aber nicht mehr. Aber gut. Jawoll. Highlight. Ich hab das Highlight. Ist ja geil. Mein Geschütz wahrscheinlich. Scheint das Geschütz richtig wie beim BAM gemacht. Ich hab 14 Sekunden. Lustig. Stellte Rüstungspaket nur 19. Oh. Richtig schlecht. In meiner Karriere hab ich durchschnittlich 25 erstellt. Was? Unterwegs zur Route 66. Wählen Sie Ihren Helden. Sporn. Und keine offensiven Helden. Ich hab hier auch noch drei. So. Schon mal noch was zu trinken. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. So. Ach ja. Wir müssen hier ja bereits ihren Angriff vor. Ach. Vielleicht hätte ich mich bangen zu beeilen müssen. Schade, dass man nicht noch mehr Geschütze aufbauen kann. Denkt an euer Training und wir sollten keine Probleme bekommen. He. Training? Nicht genug Schroff. Da steht Bastion dahinten. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Andere. Achtet auf mein Gestach. Exportieren Sie die Macht zu Ihrem Ziel. Doppelkill. Ich hab keinen Strott. Beinsel. Woh colorful. Beinsel, ges OC brauche? Hinter dir zu Beinsel. Ja... Geschützt wird uns nicht mehr da. Haha, ich hab große Pläne mit Ihnen. Geschütz fährt hoch. Ich kann den Freien lokalisieren. Alles klar. Zeig mir, dass die Kühle nicht mehr ist. Schnappt euch alles klar. Vielen Dank. Ich bin unaufhaltsbar. Ich bin unaufhaltsbar. Feindkontakt. Du hast es auch mein Geschütz. Das ist ja ... Wenn wir noch ein Bastion drauf hatten, hätten wir das noch besser. Da kann man noch durchschießen, oder ich will gar nichts wusste ich ja gar nicht. Da ist keiner da, warum geht es nicht weiter? Ich habe nicht so lange, wo die... Mist, ich dachte jetzt geht es nochmal richtig ab hier. Die waren schon alle tot. Ich habe keine Angst, mein Katz. Ich habe keine Angst. 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 jetzt also das war gut das war nicht mehr ich. 1,18, was hat die gemacht? er hat mehrere von uns gekillt da. längsten killstrike 21 ja 21 kids gemacht ohne zu sterben nur 21 das heißt ich bin nie gestorben oder habe ich das richtig gesehen? jetzt hat er mir den björn weggeschnappt also das war ziemlich gut gekommen weil ich habe dieses geschütz dahingestellt und dann hat der tank verhindert also der der dicke da mit den eigentlichen schildern explodiert wenn er ulti macht ziemlich krass weil der hält den schaden vom vom dings ab vom geschütz krass eigentlich da kann das geschütz die ganze zeit schießen auch wenn es heute bei 2 war nur wenn ich ulti gemacht habe waren sie irgendwie nicht so da aber in 30 sekunden erwartet ich hab zeit ich hab zeit an dir kommt keiner vorbei legen wir los 5 4 3 2 1 Anleitung 4 5 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 6 5 6 5 5 5 6 6 7 7 8 10 6 5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 12 von uns gestorben Nein, wieso? Ich hab noch welche gekillt. Wow, das war ein geiler Move. Gegenteil ist der da hingekommen. Verstehe. Vier Gegner an dem Ding, ey. Jetzt ist noch null. Ich glaub mitfahren eigentlich. Das ist so schnell wie ich laufe, ey. Vor mir kann sich niemand verstecken. Da ist immer noch einer an der Fracht. Jetzt gibt es eine Abschiebung. Vorsicht, Leute. Jetzt wird's auf sich. Das ist aber schön. Wenn man hier wieder laufen muss, ey. Ja, ich hätte erst den Soldier abmöxen müssen. Und gleich ist es wieder am Checkpoint. Und schon wieder. Fünf Minuten beim letzten Checkpoint aushalten, ey. Ich wüsst nicht. Ich wüsst nicht. Wie ist das? Der holt die an. Und jetzt sterben wieder alle. Ja, hat er. Flame. Viel Rüstung? Nee. Von wo denn das ist? er hat ja der sieht ja das abwerten bestimmt es ist so der aber nicht hat nur dieses werfen ding gemacht hat zwar immer das verlieren wir definitiv so team nicht mal schlagartig besser wird und mal alle kürtet Was für ein Schaden dieser Supporter raushaut, ey! Schon wieder hier, da! Da muss nix machen, außer ein bisschen Piu-Piu-Piu-Piu hin und her. Ich stand ja eh relativ fest. Jaaa... Ähm, da kriegt keiner weg, ey! Die sind auch so sehr schnell wieder da, die Klinge. Es schiebt auch keiner das Ding mal ein Stück hinterher. Wenn die da in die Nähe kommen, ist es sofort verloren. Ja, was soll ich da machen? Okay, die Gegner sterben, das ist gut. Äh, wenn es weitergeht, gewinnen wir, aber das ist schwierig zu sagen. Die Gegner leben alle. Weg da. Naja... Ich stand doch irgendwie nicht... Warum muss es eigentlich nur bis dahin? Nicht so ein Stück weiter. Oh, ich war's. Oh, ich bin nicht in dem Ding drin, ey. Offensive Assists. Ne, ne, ne. Zielfortschritt Kills 3. Selbstheiler. Ich suche ein neues Match. Sieht doch schick aus, ja. Highlights. Ah. Kann ich meine Highlights anschauen? Das ist ja lustig. Oder auch von anderen. Ne, erst nehmen wir die Maps. Das sind wahrscheinlich von mir. Jetzt hätt ich die Lootbox aufmachen können. Ach. Und jetzt kann ich jetzt endlich wieder den spielen, den konnte ich eben nicht spielen, weil... wenn jemand anders hatte. Was wird denn der Stern da? Wir tropfen so gut wie gar keine Frames, aber eigentlich gar keine. Das ist ja noch ein zweiter Ausgang. Ah ja, hier. Ich habe große Pläne. In 30 Sekunden. Ha, genau so habe ich dich mir immer vorgestellt. Hallo? Hört auf mit dem Quatsch und macht euch bereit. Und dann, vier, drei, zwei, eins und los. Au. Ich bin da eigentlich ja nach unten gegangen. Ich habe mich da noch getroffen. Okay. Mein Kopf hat mal rausgeguckt. Schon wieder an derselben Stelle. Wir kriegen das nicht hinter rauszukommen. Weil jetzt irgendwer einnimmt, das müssen sie sich zurückziehen und können die Position nicht mehr so verteidigen, wie ich es eben gemacht habe. Das sollte ein Vorteil für uns sein. Nur ein kleiner Kerz. Knappt euch die Rüste. Hier gibt's Rüstung. Oh nein, ey. Wie sie da überall campen. In jeder Ecke. Gehst du, suchst du Schutz hinter der anderen. Dann sind wir sofort wieder. Ich bin wieder voll da. Dankeschön. Einmal Rüstung zum Mitnehmen. Ich nehme das Ziel ein. Gegen ein bisschen Krippe hinzuwenden. An mir kommt keiner vorbei. Geschützwert und Töte für mich. Machen wir erstmal ein Gegner süßes Geschütz wieder hin. Gah, ha, ha. Spiel mir das Rattern vom Töten. Danke. Ah Mist, ich hätte mich natürlich von der Seite abnutzen können. Das ist jetzt was so, die ist wieder aufmacht, das stinkt genau. So viel zu bauen, so viel zu hämmern. Ja, da hat er uns einmal alle weggeballert. Hier, Rüstung, greift zu! So unlucky von mir. Ne, genau da, wo der sich aufbaut. So, ich nehme das Ziel an, gegen ein bisschen Kräfer hätte ich nicht einzuwenden. Der Punkt gehört mir! Ich brauch mehr Schrott! Okay. Damit könnt ihr das natürlich perfekt sehen. Das hätte ich jetzt gesagt, ey. Einmal Rüstung zu mitnehmen! Ich schnappe mehr das Ziel! Los, Bewegung! Greift zu! Nehmt die Rüstung! Schnell! Oh! 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 What do you think! Oh! 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 Oh, kann der sich nicht so hinstellen, dass der ganze Eingang beschützt ist? Dass wir den wenigsten angreifen können? Lustig, unser Schildtyp kann man hin rumrennen, der könnte einfach stehen bleiben, dass man gut beschützt ist. Aber warum? Oh-oh. Hey, weil die Scheiß-Explosion geht. Eigentlich könnte der uns davor beschützen. Aber gut, wir müssen ja nur noch C.B. einnehmen. Fassschütze. An dir kommt keiner vorbei. Komm schon, Schätz. Danke. Keine Angst, mein Schatz. Gleiches. Schönen, den 6. Bereit zu meinem Stil. Du bist also auch so wirklich gut. Was ist der Schildtyp? Du bist also auch schon. Schildtyp. Das ist schonige Klappen. Du bist schon beschützt. Hier ist ein Schildtyp. Dann kann ich mich nicht verhindern. Du bist ja schildtyp-geräusch. Du bist ja auch hier schildtyp. Und du bist ja so kalt. Wenn du so etwas toll bist, dann kannst du es nicht mehr zu Capge. okay das war ich wusste ich wissen müssen dass da ja irgendwo einer wartet ich bin wieder voll da nur ein kleiner Neb! alles voll sterben die auch irgendwann mal ein geschütz hilft ja schon permanent mit eigentlich was soll ich mache ich dann an da platze ich auf den punkt so ein Ding um die Schütze zu platzieren ja 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 und bumm und geschütze aufbauen noch oh der war gut in dem mit der die Schild wahrscheinlich was hat er denn gemacht nicht viel gekillt das leckt bei dem ja die Verfindung stell dir Rüstung zu 10% von Rüstung Labellierung mit Reflektierung 3 5 oder 3 auch nett die Goldmedaille für verursachten Schaden es gehts andersrum wahrscheinlich ohja lootbox schnell ok lass los gehen auf was haben wir hier was ist das emote spruchvorschau spruchspieler ah ne das ne ne spiel like hab ich ja das drin hidden galerie neu ok was gibts hier neu achso sprüche logo sprays achso das ist pro held der spray oder was und weg kenne dorado wenn mir das ist nicht wenn du 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 Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Es sucht einen Squawk. Kann man da irgendwie... So, fang einfach mal an. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich hab große Pläne mit dir. Das sollte reichen. So hab ich mir das vorgedeckt. So hab ich mir das vorgedeckt. So hab ich mir das vorgedeckt. Da oben, deswegen hat das auch oben geschossen. Wie kann ich das annehmen? Tja, Ärmel hoch und losgehämmelt. Ähm... Wie tu wie gerade nehm ich denn da an? Hab ich das gar nicht mitgekriegt. So hab ich mir das vorgedeckt. 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 Wie nehm ich so ne Dings an? Wo war ich noch mal? Oh, ok. So hab ich mir das vorgedeckt. So hab ich socket. So hab ich mir das vorgedeckt. So hab ich mir das vorgedeckt. Also hab ich mir das offenbar. So hab ich es für dich gehört. Und hier ausge es mir zum Glück. So hab ich mich das gemacht. Ich verstehe das les dice aber das in jedem AND whether duесь bist. Man braucht eine Frau-Kippe Katze, das'motiv. Ich bewege sein. Das war molt 들어�ensation and branna in einem. Alles umsonst! Boah wie? Ich krieg hier überhaupt kein Damage raus, ey. Nein, mein Gott. Eine Leitung. Die Gegner werden permanent geheilt, ey. Können die das nicht? Warum? Die sind ja zu viert und kriegen es nicht hin, die Gegner entsprechend wegzuballern, dass sie das nicht. Die Stunde hat geschlagen. Okay. Gezückt und einsatzbereit. Nein. 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 Das ist jetzt alles umsonst. Komm schon! 보리ceschön! wir sind nicht hinkrieg nachzuladen vorwärts laufen müssen da mir permanent hätte nicht so gerade laufen dürfen kommen erst mal nicht an meinem geschütz vorbei ich bin schon tot wie viele rüstungen schild die hand so viel zu bauen so viel zu haben sie Ich bin der Bläden mitgebracht. Läge mir los! Ich bin der Bläden! Oh, dieses Potenzial! Ich bin der Bläden! Eine ganze Arbeit! Alles in Ordnung! Alle tot! Alle tot von uns! Hey! Wie sie alle auf einem Fleck stehen! Wie sie alle auf einem Fleck stehen! Krieg ich nicht, ey! Nee! Nee! Habe ich es angenommen? Okay. So, wir sind jetzt in einer Gruppe. Was auch noch? Mehr XP, sag du? Na schon. Ah ja. So. So. Wenig offensivere Helden. Wir greifen an. Aber das so. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich hier links posten kann. Ah ja. Ich glaube auch nicht, dass man da links anklicken kann. Oh. Oh. Dieses Potenzial. Geschütz-Fährt hoch! An der Schase beginnt in 30 Sekunden. Hm. 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 Sag mal hallo. Grüße! 5, 4, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 5, 5, 6, 6, 10, 11, Meine ganze Arbeit, alles umsonst! Oh, da steht einer. Oh, da sind wir so viel Stütz, wir haben kein Gestütz. Oh, da steht einer. Oh, da steht einer. Komm her, lass uns nicht, wir müssen. Mein Brüten will gleich wiederkommen. Oh, schau. Begreifte die Brüte. Ich habe keinen Schrott. Weg, weg, weg. Fuck. Vierfach kill. Was für eine Freundnummer. Die Stunde. Na, du schimmelst. Oh, dieses Potential. Schmuckstück. Hier gibt es Rüstung. Die Rüstung. Greif zu. Die Rüstung. Oh. Fuck, 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 fuck. schade dass meine ulti hier ungünstig war, hab ich wahrscheinlich erst das geschütz das geschützt ist auch das ist doch der wenn die da reingeht es gibt nur eine gegründete meine die 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 Schnau, Scholder, mein Meister! Nehmt ihr euch! Schnell! Mir stirbt kein Abend! Das ist so ein Geschöpferlöme. Ganz, ein Lobliefer, der Nachgeleber! Verstappen! Die Stunde hat geschlagen. die stunde hat geschlafen günstig ist mein geschütz eigentlich immer noch da oben drauf ne da steht es hier gibt es auch schade daher schnell die das weg wir müssen einfach mal umlaufen so viel zu bauen so viel zu hemmer ich brauche mehr schrott ich habe große pläne mit dir spült die heilende ruhe schau so schnell doch doch das das verlieren wir schon wieder was ist denn das wie können die denn so heftig denken und wir das nicht hinkriegen ganz zwei heiler ist ja ganz einfach einfach mal warten dass alle zusammenstehen und sie ziehen schön dass meine arbeit geschätzt schön dass meine arbeit geschätzt wird ankunft am watchpoint die breite und der den was man zusammenbauen kann kann man auch zerlegen kräftig er freut sich dass er sich selber auf YouTube sehen kann weil ich jetzt streame wenn spielt er denn eigentlich kampfbereit dauert wieder ein bisschen bis es los geht eine raus einer rein schön was man zusammenbauen kann kann man auch zerlegen wir dachten alle du wärst tot na ich musste ja zurückkommen es würde dich umbringen wenn du nicht mehr ständig deine nase in meine Angelegenheiten stecken könntest ne ich halte dir da draußen den Himmel frei du musst dich mir ja keine Sorgen machen angreifer in 30 Sekunden erwartet dieses Potenzial legen wir los komm schon schätze ich ha genau so habe ich dich mir immer vorgestellt ich hoffe die sehen mich hier nicht 5 4 3 2 1 Angleifer näher und schützen wir halten sie die Wacht auf ein Schmuckstück ich brauche was Ich habe große Pläne wieder ich darf dir vorstellen Wir Geschichte warum die nicht sterben wo das geschützt ist nicht so eine große gefahr aber ich müsste das geschützt den permanent schaden drücken armel hoch und losgehämmelt das ist ein bisschen rüstung das ding bewegt sich schon Nein! Hier gibt's Rüstung! Schnappt euch die Rüstung! Wegen wir los! Mit uns verkehrt! Mein Meister! Das sollte helfen. Nanobus, bereit zur Injektion! So was kann ich haben? Man legt es auf! Oh ja! Oh ne! Das ist müde aus! Ihr Rüstung! Bleib zu! Oh! Der hoch springt! Und... Ich hab nicht permanent gesehen! Ich weiß gar nicht ob ich das hätte zerstören können, den komischen Pfeil! So viel zu bauen! So viel zu hämmern! Nehmt die Rüstung! Schnell! Das war kurz schon der! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Ach, geht auf mein Geschütz! Oh ne! 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 Aber gleich gibt es Ulti! Das ist nicht so toll! Oh! Na dieses Potetial! was soll ich denn machen da muss ich das ganze team gewesen steht das alleine scheint ja der tod ja 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 Ich bin der Hammer! Heilung verstanden! Oho, hinter dir! Neb! Einmal Rissung zum Windlicht! Dann, nimm ihn ehrlich! Mein Geschütz vom Angegriffen! Neb! Neb! Ah. Schön, dass mein Geschütz steht immer noch. Zwar nur mit 3 HP, aber es steht noch. Ja, das war sogar mein Geschütz, okay. Sehr nice. Cool, wenn ich das selber reparieren könnte. Aber gut, das erledige ich jetzt. Ja. Oh mein Gott. Ich bin der Hammer! Ja, ich bin der Hammer! Ah! Ich bin der Hammer! Ich bin der Hammer! An dir kommt die Heide vom Mann, legen wir los! das ist noch das geschützt ist nicht mehr da 60 sie kommen das ist jetzt unmünzig wenn er sich etwas vorschiebt los weiter geht's noch mal wiederbeleben ist momentan nicht das sollten wir schaffen hat mich gekriegt warum ist dein leben wieder von dort habe ich genau getroffen so viel zu bauen so viel zu nein 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 das sind fünf leute dort das sollte helfen jawohl ich habe schon angst gehabt jetzt keiner mehr geschoben da ist verlängerung ausgelaufen wundervoll ich war es hier ist es durch geschützt 17 geschützt 17 stück das ist gut um 35 prozent kill ist es so war das um das loot box schön sie sind zwar nicht zu sie 21 zu 7 wählen sie ihren helden dann schauen wir mal Das war's. Das war's. So, weiter geht's. Okay. Schönere Baffe haben. Oh, was war das? Das hat er mich gekillt. Einfach so. Hm. Ich hab ihn nicht erwischt. Schade. Mist. Doch, er ist auch kaputt. So viel zu bauen, so viel zu hämmern. Ich hab ihn nicht erwischt. 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 So was kann ich immer gebrauchen. Hier, Rüstung. Treifen zu. Ich hab ihn nicht erwischt. Das ist jetzt. Ich hab ihn nicht erwischt. Ich hab ihn nicht erwischt. Ich hab ihn nicht erwischt. ich hab mich im wc das kann ich jetzt nicht mit dem und hier hat er sofort tot begleitet die fracht kleine stückchen die stunde hat geschlappt Oh, das war jetzt die Eldings oder was. Oh, das war jetzt die Eldings. Oh, das war jetzt die Eldings oder die Eldings oder die Eldings. Oh, das war jetzt die Eldings oder die Eldings oder die Eldings oder die Eldings oder die Eldings. Oh, das war jetzt die Eldings oder die Eldings oder die Eldings. Oh, das hätte ich nicht vorgehen dürfen. Das habe ich nicht gesehen, dass da nicht gewusst. Das finde ich sehr einfach. 25 Rüstung gibt mir das, das ist echt wenig. Nehmt die Rüstung, schnell! An dir braucht keiner vorbei! Es wird der Grill! Besten Dank. Oh, dieses Potenzial! Oh, ne, der hat auch Ulti-Grad gezogen. Oh, danke! Okay. ja vielleicht und die killen aber jetzt durch mich durchgelaufen das klingt von mir nicht so extrem viel aber mit meinem team hey das ding muss in bewegung bleiben so habe ich mir immer ich hab dich in die sie Da kommen die raus. Ich habe die große Pläne mit dir. Meine ganze Arbeit ist alles für Sonder. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Mein Ultimate. Nein! Nein! Noch 10! Wissen, danke! Dieses Potential! Mein Schutz! Ich brauch mehr Schraubens! Oh, grad so gefallen, ey! Man hätte das mal eher anschieben können, das Ding, ey! Alter Schwede! Alter Schwede! Schauen wir uns doch das Highlight an, machen nur ne Lootbox auf und dann war's das für heute mit Stream von Overwatch Schönes Highlight Hat der gerade Dreifachentötungen da durchgemacht Krass Großanteilung Ja, okay, das ist noch besser Hätte ich mal anklicken sollen Oh, ne! So Wie ich sagte Wir machen noch ne Lootbox auf Was haben wir da? Was ist das? Ein Spruch bestimmt Ich denke, also bin ich Ich denke, also bin ich Spiele-Icon Nee! Könnte es mal bekommen! 50! Und sonst Prey Jo, das war's für heute Ich hoffe, euch hat es gefallen Schaltet doch mal wieder ein Lasst mir ein Abo und ein Like da Und ansonsten bis bald Euer Stein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal